Willkommen in der Herberge zur Westebene. Ich bin Irina Jeranos, die Wirtin. Wenn ihr Essen oder ein Bett wünscht, wendet euch an mich. Ich habe eine herrliche Kammer an der Ecke, wenn es euch interessiert. Das macht 20 Goldstücke für die Nacht. Hervorragend. Ich bin sicher, alles wird zu eurer Zufriedenheit ausfallen. Begebt euch nach oben und nehmt die Tür rechts am Ende des Gangs. Schlaft gut. Seht euch vor. Schlaft gut. Seht euch vor. Wenn ihr noch näher kommt, verwandle ich eure Knochen in Asche. Haut ab! Ich habe keine Zeit für eure armseligen Plauderversuche. Nun macht euch hinfort, bevor ich rüde werde. Was? Ich habe keine Zeit für eure Knochen. Ich hoffe, ich kann behilflich sein. Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? Das ist ein gutes Angebot. Kommt wieder und kauft bei mir ein. Auch hier. Ich habe keine Zeit für eure Knochen in Asche. Ich habe keine Zeit für die Knochen in Asche. Das war's für heute. 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 Hey! Hey! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.